Die besten Einspritzdüsen der Welt könnten in den neuen Laboren des Institutes für Angewandte Physik der Universität gefertigt werden. Doch das leistungsstarke Lasersystem ist zu teuer für die Automobilbranche. Über 200 Quadratmeter Laborfläche hat das Institut durch einen Erweiterungsbau auf dem Beuthenberg Campus dazu gewonnen. Das in nur wenigen Wochen fertiggestellte Gebäude ist jetzt eingeweiht worden. Neben Laborräumen entstanden auf über 170 Quadratmetern neue Büroräume für 24 Wissenschaftler. Heute haben wir rund 100 Leute, die im wissenschaftlichen und technischen Bereich bei uns arbeiten. Und dazu kommen noch in der Größenordnung 30 Studierende. Und der Platz ist eng geworden in den letzten Jahren. Und wir hatten tatsächlich die Chance im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket der Bundesregierung über eine Baumaßnahme, sehr schnell Flächen für Büros und Labore zu realisieren, die helfen, die Raumsituation zu entspannen. Leider ist es so, dass immer noch kein Büro für mich abgefallen ist. Ich sitze immer noch im Container und mein ursprüngliches Büro ist Diplomatenarbeitsraum und Besprechungsraum. Rund 2 Millionen Euro kostete der Neubau, der größtenteils durch Mittel aus dem Konjunkturpaket 2 finanziert wurde. Künftig forschen die Wissenschaftler hier zu neuen Generationen von Photovoltaikzellen.